Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Anwesende, schön, dass wir hier alle zu unserer Friedensgrundgebung zusammenkommen. Laskovo, Korsimo, Donaschich, Ukrainschich, Goste. Es ist mehr als wichtig, gerade in aktuellen Zeiten Haltung zu haben, aber diese eben auch zu zeigen, nach außen zu tragen und mitzuteilen, so wie wir heute hier gemeinsam. Wir halten also jetzt wirklich richtig nach oben. So wie das schön ist, es geht wie sehr schön.